Ich bin Dominika Hüsser und ich bin Fan seit ich 14 bin. Das ist schon über 20 Jahre und ich bin ein treuer Fan seitdem. Ich habe einen Wohnwagen gekauft, das war ein weisser Wohnwagen. Und ich habe einfach gefunden, so weiss ist er so wie jeder andere, er muss irgendwie speziell sein und mir ein Motiv überlegt und das ist eigentlich relativ schnell klar gewesen. Ich halte damit um und wir spielen Money online. Da aussen habe ich Plätzchen freigelassen, hier unter Andi, unter Breiti, Campino, Kuddel und beim Wom, dass ihr das wirklich unterschreiben könnt auf diesen hellen Flecken. Und das wäre für mich das grösste Highlight. Ich zeige euch jetzt noch, wie es innen aussieht. Kommen wir mal mit! Hey, 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 hier kommt alles! Ich habe über 5'000 Fotos kopiert, weggerissen und am Schluss haben wir es so verklebt. Das hat Stunden gedauert durch das Kleben. Und am Schluss haben wir es noch so lackiert, im Sepioton, dass es so ein wenig auf alt gemacht ist. Hey, hey! Ich habe mit Hilfe von ganz vielen Leuten Hosen zusammen gesammelt. Und dann haben wir so Küssebezüge lassen. Und das sind quasi die toten Hosen, die wir jetzt drauf sitzen können. Ich hoffe wirklich, dass sie kommen. Geh unterschreiben und anstossen. Ich wäre bereit. Das ist der Moment, an dem du einmal hängst, wenn du irgendwann zurückdenkst. Sehr krass. Wie lange hast du rumgemalt? Nein, den ganzen Monat. Mit ihrem Mann, er ist der Künstler, Sandi Ineichen. Das ist krass. Hör mal, für die Party ist ja wohl alles organisiert. Immer auf der Jagd nach dem besten Lied. Und? Schon angegriffen worden oder so? Nein. Ist ja interessant. Ja, große Mühe, ey. Das ist ein großer Wunsch, dass ihr mir das unterschreibt. Ja, okay. Jeder sucht sich was. Dein Gesicht ist auf dem Dach. Das ist der Moment, an den du einmal hängst, wenn du irgendwann zurückdenkst. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Wenn sich alles ohne Mühe geben würde, hätten wir ein paar schöne Autos in der Gegend. Oh Mann. Wird hier noch. Wird noch. Viel besser habe ich es selten hingekriegt. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Äpfel.